Abonnieren, auf Glas, auf Glas, auf Glas, ein Like, ein Like, da, da. Hier spricht die Polizei. Hier spricht die Polizei. Raus und er gibt dich. Du hast mir mein Herz gestohlen. Und ich komm, um dich zu holen. Hier spricht die Polizei. Na, 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 na. Hallo, 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 was ist mit dem Auto? Was ist denn jetzt los, Digga? Was war denn das? Was war denn das, Junge? Warte, warte, warte. Sofort aussteigen. Sofort aussteigen, die Dame. Okay, der Kollege da hinten. So, bleib drin. Ey, richtet die Waffe auf den Kollegen. Wenn der Handy rauskommt, ey, steig auch raus, Kollege, da hinten. Wenn der Waffe rauskommt, knallt die Dame. So, ich muss jetzt überprüfen, wer sie sind. Rufen Sie die Nummer 74684 an, sofort. Ja, bleib ruhig. 74684, ja. Genau, 74684. Nein, nein, ich muss auf Nummer sicher gehen. Okay, jetzt habe ich Ihre Nummer. Ich rufe Sie später an. Ja, schönen Tag noch. Oh, Digga, es geht an dich, Digga. Okay, es geht an dich, ey. Du hast gewonnen. Du bist krass, Digga. Ergeben Sie sich. Hier spricht die Staatsmacht. Ergeben Sie sich. Das war wirklich, das war wirklich beeindruckend, David. Ergeben Sie sich. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ergeben Sie sich. Hallo, rennen Sie hier nicht so dumm rum und ergeben Sie sich. Wir müssen ein bisschen reinpropozieren, dass Sie rauskommen. Bell mal, Kürtel. Okay, ich bin jetzt. Klettert hoch, klättert hoch, klättert hoch, klättert hoch, klättert hoch. Lass nach links rein. Klettert hoch, klättert hoch. Kommen Sie raus? Kommen Sie raus, Sie kommen alle raus, alle raus, alle raus. Okay, ich muss eine Mauer ziehen, weiter, ich muss eine Mauer ziehen. Ihr müsst den Lowpeak von der Grünfläche nehmen. Wir müssen ein bisschen schnell rückfallen. Nehmt den Lowpeak von der Grünfläche erstmal. Hey, Marki. Ich sehe, die Marki. Die sind in den Stall rein, im Zwischengang. Haltet einfach dagegen, haltet einfach dagegen. Einfach alle Seiten dagegen halten. Merken wir nicht, merken wir nicht. Ich fahre, du weißt, wo wir sind. Ja, wir sind da, ist gut. Das war es genau. Hey, 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 Richtung, Richtung, Richtung. Aber es ist gut. Tv-Grun, Digga. Wir haben keinen Leichtgab, sind so ein Funk? Ja, natürlich bin ich im Funk. Wir bräuchten Sie am Sandykranken aus Zwecks... Da bin ich doch gerade hinunterwegs, habt ihr nicht zugehört im Funk? Ne, Leichtgab, beruhigen Sie sich. Bist du ruhig, Leichtgab? Alles gut, ich habe noch mein Funkgerät geradeaus. Ganz ruhig, Leichtgab. Und ich kann so Situationen beurteilen und ich habe schon einiges hier erlebt. Ja, was ist denn los? Dann reden Sie doch. Also ein, zwei Leute tragen mal die Leute weg, damit die nicht aufbauen werden können. Seid mal kurz ruhig, hört uns jemand aus. Ja, wir hören Sie, hallo. Darf ich Ihnen was sagen? Sagen Sie mal. Hier spricht die Ghosted Family, die Staatsmann kann uns am Schwanz lutschen. Alles gut, wir sind noch 60 Mann draus. Ja, wir sind ja auch noch ein paar. Ja, dann kommt er mit den 60 Mann, das ist egal, du kleiner Hosenscheißer, du. Ey, jetzt bitte wasted nicht eure Westen, bevor wir jetzt hier gleich reingehen. Bleibt einfach ganz kurz hier, bis alle da sind. Wie viele sind wir? Wir können nicht noch länger warten. Ja, wo ist der letzte Mann jetzt? Wir sind hier genug, wir rennen ein bisschen durch. Hallo, wir kommen jetzt hoch und gerade rein. Jetzt ist halb. Rennen, aber alle müssen durch. Spremd. Ich komme jetzt nach vorne und dann gehen wir jetzt alle zusammen. Jetzt, 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 alle nach vorne, nach vorne. Komm, von rechts nach rechts, von rechts nach links, rechts nach links, rechts nach links. Ja, klar, ich bin Dreck weg, Läser. Ich bin hier doch noch. Pusche hier nach rechts durch, nach rechts durch. Haltet da rechts in die Gäste rein. Komm, da sind sie so viele. Digger, Spaß, danke. So viel zu dem aus, nicht so viele. Die haben uns abgesucht, wieder gelasert, Digger. Da sind aber auch Leute nicht mit runtergekommen. Egal. Nichts. Raphael, bist du auch schon da? Die fahren jetzt Richtung Süden. Hol dir jetzt sowohl die raus, ne? Die sind jetzt Richtung Süden unterwegs. Vielleicht gehen die auf die Berge da. Aussteigen, der Herr. Einmal aussteigen. Was denn los, Messer? Das ist abizett. Das bringt man Tankstelle. Feuer, bitte. Ja, ja, ich komme, ich komme. Wollen wir bei den Landen? Oh, die jagen mich, die jagen mich. Ai, 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 ai. Hallo, okay, ich steig aus. Hallo, ich steig aus. Hallo, ich steig aus. Bitte nicht schießen. Ja, ich steig aus. Landet, 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 landet. Wir holen uns jetzt das Dach. Rauf, da sind zwei Leute. Komm, landet da jetzt. Hallo? Nein, nein, ich. Hä? Landet, komm, fichtige, fichtige. Hey. Er schießt, er schießt. Komm, sprech recht den Punkt ab. Mein Gott. Hey, Digga. Wieso schießt ihr auf mich? Komm mal her, hier. Komm mal hier zum Schwarzen, der keine Weste hat. Renn direkt, rennt direkt, rennt direkt. Nein. Nein. Springen, springt, springt nacheinander. Los, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Die Granger holen die gleich. Digga, ich küsse eure Penisse, Alter. Springen, ich bin mit der Lade. Ja, das ist ein Fickwunden. Das ist gar nicht gedacht, Bruder. Witziger. Machs weiter, machs weiter. Ein Supersportler kommt, fuck. Hey, springt einfach. Wächst das, du da wächst, du schmankst. Spring weiter, spring weiter. Wir sind nach einer Entfernung. Da hinten stehen Granger, wo alle hinrennen. Oh nein, Götti, Digga. Ey, trag mich an die Hände. Ich möchte sagen, ich vergesse dich nicht, Bruder. Ich vergesse dich niemals. Dein Herz. Wir sind da oben. Klapp dich, Bruder. Ich hab dich. Du bist warm mit dir. Du bist warm mit dir. Bitte verreck ich nicht. Bitte. Nein. Einer kann auch einschwecken bei mir. Einer kann auch einschwecken bei mir. Fällt eh nicht. Meinst du nicht? Das ist alles mit der Ruhe. Die sind im Jumals da drinnen. Wir haben Zeit der Welt. Kommt einfach auf den Nordflug. Auf den Nordflug. Ich muss ausmachen, Bruder. Geil. Habt ihr die Voli von denen geholt? Vorne, vorne, vorne. Vorne sind die... Bruder geht so schnell, Digga. Nein, ganz klar. Ich hab Waffen-Switch. Ich hab auf Shotgun noch, Digga. Bleibt hier. Wir haben den Schutz. Bleibt hier. Bleibt hier sammeln. Kommt her. Wir müssen ein Haus bleiben. Wir müssen da bleiben. Hey, vorne auf. Hey, Harun, der Korzer kippt gleich. Der Streit von Harun, der kippt gleich. Da, da, da. Rundflug. Ja, dann bist du jetzt gleich vor. Kommt doch runter von deinem Zapzer. Dann kannst du auch ziehen. Ey, ihr müsst jetzt alle links von diesem Scheiß-Train rücken. Außen, außen, außen. Okay, jetzt rüber. Ihr müsst alle rüberklettern. Jetzt rüberklettern. Außen, der ist auch noch nicht. Ey, ihr müsst jetzt alle rüberklettern. Hallo, ihr müsst was gemeinsam tun. Ihr müsst alle rüberklettern. Klettert jetzt rüber. Klettert jetzt rüber. Jetzt rüberklettern. Ey, das macht nicht. Wohin? Kommt doch hin jetzt. Kommt doch hin jetzt. Klettert doch rüber jetzt. Ey, ich sterbe hier. Du bist rüberklettern. Hey, komm, komm. Halt dich jetzt da rein. Halt dich jetzt da rein. Einfach reinhalt. Einfach reinhalt. Einfach reinhalt. Halt dich da rein. Ah, nein! Ich weiß, was du brauchst, komm noch zu mir, ich halte dich fest, ich lass dich los, halte dich tight, schick mir dein Zwei, über FaceTime komm noch vorbei, ich weiß, was du brauchst, komm noch zu mir, ich halte dich fest, ich lass dich los, halte dich tight, schick mir dein Zwei, über FaceTime Halb drei auf meiner Uhr, ich weiß nicht, wo ich bin, ey